Es ist so herrlich, dass ihr da seid. Auf uns? So schön, hier zu sein. Na los! Na Leo, magst du auch ein Zauberpilzchen? Die sind nichts für dich. Ich bin eine Kranke. Ist da jemand? Marie! Und jetzt? Wir hängen alle mit drin. Ich habe mich so auf dieses Wochenende gefreut. Was treibt ihr denn hier? Eigentlich sind wir hier für ein Wochenende unter Frauen verabredet. Keine Männer? Klingt gefährlich. Was soll das denn? Er streckt seine Fühle aus. Haken wir sie ihm eben ab. Ich bin nicht so auf das? Ich bin nicht. Ich bin nicht so auf dem Moment. Ich bin nicht mit denen, weil ihr ja aufs Essen vorbeut. Ich bin nicht so auf dem Moment auf dem què. Vielen Dank.